Unsere Arbeit umfasst ein grosses Spektrum von medizinischer Erstversorgung von Patienten. Wenn du dich genau für das interessierst, bist du bei uns im Team der Sanitätskompanie der Führerregion Wiel genau richtig. Bei uns wirst du in verschiedenen Bereichen ausgebildet. Von der Patientenbeurteilung bis zu diversen Rettungstechniken wird dir alles beigebracht und bei speziellen Übungen trainiert, sodass du auch im Ernstfall für den Einsatz bereit bist. Neben dem ganzen Aufgabenbereich der Feuerwehr sind wir auch für den Notarztfahrtdienst in der Region zuständig. Am Wochenende wird der Fahrtdienst von Mitgliedern der Sanitätskompanie übernommen. Insgesamt wird das Notarzt-Einsatzfahrzeug rund 700 Mal im Jahr alarmiert. Wenn auch du an einer neuen, sinnvollen Tätigkeit interessiert bist, dann kannst du am Donnerstag, 3. September, abends um 7 Uhr zu uns ins Führerdepot an der Bronchoberstrasse in Wiel an Informationsarbeit kommen. Bei uns auf der Homepage unter www.svwrw.ch kannst du dich direkt anmelden. Wir freuen uns auf dich!